Hallo und recht herzlich willkommen hier in PlayerUnknown's Battleground. Mit dabei sind nach wie vor der UcklyDuck und die MissUcklyDuck. Hallo. Hi, hi. Und wollen wir hier bei der Militärbase hier vorne an der Kreuzung abspringen? Okay. Einfach geradeaus unter Hopp. Oder in die Stadt gehen zwei, das sehe ich gerade schon. Drei. Wenn zwei sind, können sie auch vier werden. Ja. Ich meine, ich würde ja auch gerne zur Radarstation. Bei mir ist es auch einer. Also an der Kreuzung, da wo der Wegpunkt ist, hin zu den Häusern. Oder seid ihr jetzt in die Stadt gegangen? Ich bin neben der Stadt. Ach du heilige Alter, was geht denn an der Stadt ab? Wo bist du, Schnucke? Äh, Stadt. Nee. Kannst du noch rüberfliegen? An der Kreuzung sehe ich einen. Nein, wirklich. Der landet bei der Tankstelle. Tankstelle? Okay, ja, sehen. Ich versuche wenigstens irgendwas zu ergattern und dann... Ich bin bei dem Doppelhaus da gelandet. Den Zwei-Etagen-Haus. Hab leider noch keine Waffe. Ich versuche zu euch zu kommen. Ja. Ja, ich gehe in das bläuliche Haus. Jetzt versuche ich reinzukommen. Oh Gott, da geht's ja... Aua, 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 Aua. Ja. Oh, bei mir? Ja. Große Haus. Andere Straßenseite. Der hat mich erschossen. Fötet mich. Und das war's. Mit der UMP. Beim blauen Haus war der, wo ich war. Ich bin ja überhaupt bekannt, woanders. Also, bei dir ist auch eine... Ne, ich höre die... Da darf die Türen aufgehen. Bei mir? Ja. Gar nichts, denn bei mir sind alle Türen offen. Das ist nachträglich. Achso. Das ist der Soundvertrutsch, das? Nein, nein, das ist nachträglich. Gehen bei dir nochmal die ganzen Türen auf. Achso, weil ich jetzt bei Caro zugucke. Ja. Aber der Mist zugucke. Achso. Wir sind da drüben, oder wie? Ähm, ne, da wo ich gestorben bin, war zumindest einer in einem roten T-Shirt. Wo meine Leiche liegt hinter dir. Hä? Worüber bist du? Ich versuche mich jetzt zu dir zu... ...rummen. Ja, vor dir ist gerade... ...ordiches Feuer gefecht. Ja. Bist du da in dem Haus drinnen? Ja, da bin ich. Äh, oh, wir sind mitten in der Leine, aber wir müssen hier weg. Unbedingt. Ja, und was machen wir? Oh, ich kann jetzt auf die Karte gucken. Das ist neu, oder? Das ist neu, ja. Wir müssen... Also, da bei mir war auf jeden Fall ein Spieler. Ich schaue, dass ich hinten rauskomme. Nein. Dann geht er gar nicht. Seitlich. Bei den Autos. Ähm, auf dem Boden lag ein Motorradhelm, ne? Oh, bei mir? Nein, weil... Wasser. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte erst... ...weiterschauen. Hier liegt noch ein Stufe 2 Rucksack, wo ich bin, drinnen. Hab ich schon. Okay. Sollte jetzt irgendwo dann bei dir sein. Ja, ja, wir können gleich weiter. Da, wo Sepp gestorben ist, gleich weiter. Wir müssen unbedingt Richtung Brücke kommen, dass wir über die Brücke noch kommen. Ja, ich muss einmal zuerst über die Mauer... Rennen, andere Seite rum. Ne, andere Seite. Da. Ach. Da steht Motorrad in der Garage. Scheiße. Nein. Also bei mir war zumindest ein Spieler. Das ist ein Fahrzeug. Ich hab... Das war eine Struktur. Warum müssen wir denn hin? Über die Brücke. Autsch. Mhm. Ah, ihr habt ja noch genug Zeit. Ja, Brücke ist... Herrlich. Ich hasse Brücken. Wir bist denn eigentlich ausgerüstet, Caro? Ah ja, okay. Okay. Zwei Langwaffen. Stufe 2 Rucksack, Polizeiweste. Kein Helm. Nein. Wenigstens ein Visier oder so? Nein, leider. Ah. Passt. Und leider nur 30 Schuss. Ja. Munition für deine... Nein, 90. Für die jetzige. Achso, oh. Das ist... Die andere sollte ich gleich mal nachladen, das sind 60. Okay, bei mir zeigt er nur die Magazingröße an, dann schau mal. Ja. Ich hab auch 90 Schuss. Hier hat uns der Wichser das letzte Mal abgefangen. Jep. Rechts steht ein Auto. Mhm. Das hab ich mir jetzt... freudig gewünscht. Also einsteigen, ne? Mhm. Hopp. Die Türen sind alle offen. Oh, wow. Ah. Hätte ich beinahe vergessen. Ja. Ein Checkpoint. Mhm. Wollen wir hier reinschauen oder noch weiter? Ja, wir können ruhig hier reinschauen. Hier liegt ein Helm und noch ein Helm und ein Rucksack und... Helm, Helm, Rucksack, oh. Vor dir auf dem Boden. Ja. Bist du oben? Ja. Hier oben ist auf jeden Fall ein Griff für deine... ...drei Griffe. Du kannst beide Waffen mit Griffen ausrüsten. Caro. Auf der Terrasse. So. Terrasse. Ich mag keine Terrasse. Das wir dann hier auch gleich weiterkommen, wieder. Ich kriege da noch. Nein. Nur Griffe, Griffe, Griffe. Hopp. Aber ihr seid noch mitten in der Zone. Ja, aber ich will nur schnell weiter. Ach so. Bist du runtergesprungen? Na sicherlich. Zeit sparen. Hopp. Kannst du die Griffe während der Fahrt ausrüsten? Ja. Dann links von euch an der Straße sind nochmal zwei Häuser und ein Bunker. Unten sieht leer aus, auf jeden Fall. Ja, ich guck da. Oh, wir gehen in der Leere. Oh, Auto ist rot. Was ist? Was hat er? Auto ist rot. Also. Die Auto ist rot. Habe ich mitgenommen. Ist doch gut, oder? Ich habe die OZ da gelassen. Wirst du weiterfahren? Mhm. Ich will nicht hierbleiben. Nein, ich meine mit dem Auto. Weiter, na. Die anderen beiden Bunker sind dein Ziel, oder was? Ja, ich will mich erst mal von klein fieren. Ja, das macht ja auch Mist, ne? Unten liegen, glaube ich, nur Handschuhe drin. So, ich hasse das, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Die Tür zugemacht. Verscheißen. Da war, glaube ich, noch ein Schuppen an der anderen Seite, ne? Ja. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit und die 9mm schmeißen wir hierher. So. Oberer Bunker, ja, nein? Ja. Ich lauf hin. Ja. So, die blaue Linie kommt, aber ihr seid ja noch mitten in der Safe-Zone. Das ist wohl leer. Ja. Ja. Wo fahren wir es denn hin? Ich schau gerade. Also hier ist dieses Fabrik-Gelände oder was das ist, ne? Ich weiß, es ist gefährlich, Karo. Mhm. Aber wenn wir Glück haben, finden wir da noch was. Au, au, au. Also vielleicht ist da keiner abgesprungen. Kann sein. Na, abgesprungen sowieso nicht. Ich habe da vielleicht schon jemand hingefahren. Ja, das kann sein. Oh. Wow, wow, wow. Da bin ich ja froh, dass ich nur noch nicht Probleme mit dem Autos habe. Naja, Problem war das jetzt keins. Bei mir leckt's. Bei mir geht's gerade noch, auf jeden Fall. Ich bin ins nächste. Hier liegt eine Skl. Ich nehme mal die Munition mit. Ja. Ja. Weil, wie's aussieht, war hier keiner. Du bist jetzt hier reingegangen. Schrot-Muni. Hier liegt nochmal eine Skl. Und ein Rot-Dunk-Visier. Das ist ja schon mal perfekt. Und da. Helm 1. Rucksack 1. ACP-Munition. Die nehmen wir mit. Bei der Messe in der Lagerhalle lag noch Schrot-Munition. Ich hab keine Schrot-Munition. Was soll ich denn machen? Ja, aber, äh... Ich hab welcher? Autoschrot. Ja. Hab ich auch nicht. Nein, ich hab die. Achso. Naja, Rucksack. Ist nett. Ich nehme Munition für dich mit ohne Ende. Achso, danke. Also, ich hab jetzt locker schon über 200 Schuss für dich. Wow, danke. Das ist heute ein Scheiß-Server bei mir. Ah, perfekt. Und da liegt sogar nochmal Munition. Also, wenn du munitionstechnisch erschlagen werden willst, Caro, kommst du zu mir. Passt. Da. Verband. Wollen wir in die Häuser auch rein? Ja. Ich muss unbedingt Munition an dich abtreten. Hm, bestimmt voll. Ja, ich kriege Probleme damit. Was für Muni brauchst du? Siebener. Aber damit kannst du auch schon... Ich hab da... Das sind 15 Stück. Ja. Ja. Ich muss hier Munition ablegen. Ich mach... Leg hier die Munition hier auf den Boden für dich. Ich hab 240 Schuss für dich hierbei. Ja, bo? Ah, da wo ich jetzt bin. Ja. In dem Gebäude. Ich mag dir das Gebäude. Untere Etage. Okay, danke. Ich kann sonst nichts mehr aufheben, nämlich. Das ist okay. Komm her. Na. Na, perfekt. Das ist schon drauf. Das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache, ne? Oh, was haben wir denn? Hier liegt ja auch die automatische Pumpe. Und das nächste Gebiet ist sogar noch nicht mal weit von weit entfernt. Ach, du Scheiße. Hier liegt ja noch mehr, Caro. Ja, ich weiß. Da war noch keiner. Hier war noch keiner, ne? Ja, überhaupt keiner. Nein. Hier liegt so viel Munition für dich rum. Ja, ich hab jetzt selber auch schon was gesammelt, ne? Ja, dann wirst du meine gar nicht mehr aufheben brauchen, wahrscheinlich. Nein, ich glaub nicht. Aber, schauen wir mal, ne? Das nehme ich auf jeden Fall mit in den Verband. Warte mal, ich war auf der Terrasse gar nicht. Ja, guck mal, hier liegt noch ein Autokumpf. Da liegt 35. Du bist im Gebäude neben mir, ne? Ich bin in dem großen Hohn, ja. Ja. Dann noch mehr Munition für Caro. Da lag noch ein Verband auf dem Flur. Ja, ich weiß. Aber erst das Zimmer. Die Hallen warst du schon? Hallen hab ich durch, ja. Gott. Ah, das ist ein Griff, der so scheiße da liegt. Handschuhe. Und ein Verband auf dem Stuhl. Das ist Kugel, die K. Ah, Lächel. Rucksack. Ja. Lohnt sich ja für euch richtig. Das lohnt sich hier gerade. Aber die Linie fängt jetzt an zu kommen und ihr seid ziemlich am Rand. Nah dran. Zum nächsten Gericht. Ja, ja, okay, passt. Danke. Bitte. Ich hätte jetzt nicht an die mehr gedacht. Bin ganz ehrlich, daran hätte ich nicht gedacht. Ja, das Sepp wird uns ein bisschen berichten. Ja, ich bin jetzt, äh, äh, Sky-Auge. Perfekt. Bist Overwatch? Overwatch, genau. Sepp is watching you. Sepp is watching you. Cool. Okay, die Linie kommt aber immer weiter. Ihr solltet euch Richtung Autobahn gehen. Passt. Ja, ich muss nur noch einmal hoch aufs Dach. Caro, Auto. Aber da bitte nicht runterspringen. Nein, 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 das hier springe ich ganz bestimmt nicht runter. Ich will nur schauen, was es hier oben gibt. Nix. Versteht das Auto? Am, am, am Anfang, am Anfang, wo wir reingekommen sind. Es gibt, es gibt, es gibt nur einen, es gibt ja nur einen Ausgang hier aus der, aus dem Gebiet. Ja, ja, ich weiß. Ah, nein, da geht's runter. Aber ich bin zu weit weg. Jetzt lag's gerade bei mir. Ja, die Linie ist jetzt am... Ja, ja. Ja, sonst wird's ein bisschen Aua machen. Dann nicht. Aber es hat sich... Das Looten hat sich gelohnt. Definitiv. Ja, ein bisschen nur. Einmal nur so halb. Und zack, ihr seid schon drin. Ja. Da kommt ein... Das große Gebäude. Da könntet ihr noch... Versuch, euer Glück, versuch. Fahr rein. Perfekt. Schaust du oben? Schau dich unten. Ja. Schleide ein paar Pistole. Okay. Verbandskasten. Ach, Verbandskasten. Boah, ist weg. Mhm. Sieht ja immer schlimmer bei mir. Was... Was da liegt? Uninteressant. Oh, hier haben sie Bretter dran gemacht. Was gibt's denn hier alles? Luftklappe, Holo-Holo-Visier, Griffe. Ja, war ein Griff. Alles doof, nix gescheit, ha? Was liegt hier draußen so? Meine Zielverweiterung. Hast du hinten auch geguckt draußen? Ja. Da liegt nur ein Medipack. Und Verband. Ja, Verband interessiert mich jetzt nicht mehr. Davon habe ich jetzt schon einiges. So. Aber bei der Miss weiß ich nicht, ob die noch welche hat. Was? Lauf mal. Ja. Die Autozeit ist aus. Gut. Wir laufen jetzt Richtung Line. Pass auf, jetzt habe ich so eine geile ausgerüstete Autopump und genau für nichts. Ja, in der Stadt... Sag es dem Papa, bitte. Dann ist es schon drei. Okay, mach ich. Mit du. Ach so. Ein Holo... Nee, ein Rotpunkt. Hast du schon Visiere drauf? Ich habe schon, ja. Ich habe auch. Ich habe zwei Rotpunkte. Ein Rotpunkt, ein Zwölffach. Ich habe nur Rotpoints. Nur Red Dot. Sagst du ein Zwölffach? Ich habe nur einen Erste-Hilfe-Koffer. Vielfach wäre mal Liebe. Ja, da schließe ich mich an. Das nehme ich, ne? Ja. 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 Aber ihr seid gar nicht so schlecht ausgestattet. Nee, ich habe eine Sanitätstasche. Also... Ich habe nur einen Erste-Hilfe-Koffer. Und ein paar Verbände. Schmerzmittel. Energy. Sollte er wohl reichen. So. Ich habe eine Pistole ohne Munde. Das ist auch gut. Ja? Ich habe 23 Schuss und 7 geladen. Ja. Wie oft verwende ich die Pistole? Gar nicht. Ja, genau. Genau deswegen habe ich so viel Schuss immer dafür. Ja, da kann man... Am Anfang braucht man die vielleicht mal, ne? Ja. Als erste Waffe ist die nicht schlecht. Schüsse gehört... Spieler? Spieler? Ach, jetzt sehe ich ihn nicht, ne? Oh ja. Nein. Oben auf den Berg. Oh ja, rauf auf den Berg. Westen. Westen. Jetzt ist er hinterm Baum. Also hinterm... Die Äste. Da steht sein Fahrzeug, glaube ich. Ja, ich sehe ihn ein, zwei Spieler. Ich habe nur einen gesehen. Und auf jeden Fall zwei. Hinten im Wald steht auch noch ein Auto. Aha. Ein Dacia. Die sind sehr wahrscheinlich da hoch zur Hütte gerannt, die auf dem Berg ist. Wahrscheinlich, ja. Weil die gerade so schön am Anfang der Line ist. Ja, wir... Entweder sind die mit den Dacia gekommen, oder sie sind mit den Jeep auf der Straße gekommen. Da mit den Dacia. Wir sind auf jeden Fall drinnen. Ja. Und die Linie kommt auch. Links sind Schüsse. Kommt noch jemand mit der Linie? Ah, hat sich nicht danach ausgeschaut, auf jeden Fall. Ja. Oben, bei den Häusern bewegt sich da was. Ja. Ja. Der scheint da zu hocken. Aha. Bei. Ich könnte schießen auf einen. Auf welchen? Links oder rechts? Ich würde sagen, links. Das linke ist. Den rechten sehe ich nämlich nicht. Ich sehe nur den linken. Auf den könnte ich schießen. Tja, mach so. Mir ist es egal. Was sagst du, Caro? Ich kann keine anbissieren. Von da. Von meiner Seite her. Wir müssen mal schauen, dass wir hier unten am Berg rumlaufen, Caro. in eine andere Position kriegen. Vielleicht entstehen? Sag mal, wenn du einen reinkriegst. Ich weiß ja, wo sie hocken. Ja, er bewegt sich zum Baum. Ja. Ich muss mich gleich wegbewegen hier. Welchen Baum? Hat er einer, ja. Wir müssen weiter, Caro. Wir haben 20 Sekunden. Okay. Außenrum, ne? Ja, so gut wie möglich. Warst du das? Nein, das war... Das hat mir gegolten. Okay. War eine Granate. Ja. Ich kann das auch. Toll. Wir müssen auf jeden Fall ein Stück weiter. Unbedingt. Die Line is coming schon. Mhm. Und... ... ... ... den Rückzug. Brücken im Deckung behalten. Da oben sind sie beim Haus. Noch da? Ja, die waren noch dort. Wo ist der Stein? Ja, ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, danke. Ich... Nein, da sind zwei Steine. Zwei? Andere Seite. Die kommen ja von hinten noch. Rechts von dir, Miss, ist einer. Bei den Bäumen. Ich kann nicht angesehen. 105, 120. Genau, da habe ich sie. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Der war bei den Bäumen oder bei den Steinen da. Beim Steigen. Der guckt da vor. Aber der kämpft mit jemand anderem, Caro. Wir sollten weiter. Alles klar. Da sollten wir uns gar nicht einmischen. Nö. Ja, die liefern sich ein ordentliches Gefecht. Weil da oben kämpft einer mit einer K. Oh, wo? Ja, wo der hingeschossen hat, wahrscheinlich. Okay. Da mischen wir uns doch gar nicht ein. Wir wandern einfach mal rein. Nein. Ja. So, 20 Spieler sind noch im Leben. Passt du das, wenn es so leckt? Das Haus scheint leer zu sein. Das Haus scheint leer zu sein, ja. Magst du da reingehen, oder was? Nein, nein. Magst du da nicht reingehen, aber ich will hier bleiben. Ein bisschen. Ähm. Im Haus? Okay. Ja, mich irgendwo ein bisschen. Lauf zu einem Baum. Hm, rechts von euch sind auch noch zwei kleine Häuser. Seht ihr die auf der Map? Ja, aber das sind nicht hinterleihen. Ja, so halb noch. Oh! Auf, 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 auf. Von hinten, von hinten. Nee. Wo bin ich das selten? Und herum, oder wie? Beinahe. Ich glaube, von allen Seiten. Hm. Hm. Oben vom Haus her runter, würde ich sagen. Irgendwie so. Was, von dem Haus da? Von dem gelben. Da waren ja wir gerade oben. Ja, aber der hat dich aus der Richtung getroffen, glaube ich. Der hat mich von allen Seiten, ich bin rundherum vom Baum. Ja, von zwei Seiten hat er dich getroffen. Aus der Richtung irgendwo, so meine ich, hat er geschossen. Aber, auf jeden Fall hat der einen Schalldämpfer gehabt. Ja. Ja. Aber er kann auch Besuch gekriegt haben. Oh. Ja. Ja. Ich fühle mich hier so unwohl, weil ich genau in der Mitte liege. Aha. Ich bin hier weg. Ich werde online. Verstehe ich. Zum Randläufer. Ja. Das Beste, was du machen kannst. Vorsichtig. Ja, die Hütte ist schon jetzt mit drin, ne? Zum Teil. Zum Teil. Kleiner. Sechs Spieler noch. Fünf. Ja, ja. Mit Oklidak sechs. Ja, fünf. Das kann ein ganzes Team sein, ne? Fünf Gegner. Oh ja. Aber die haben ja, dann würden die Schüsse ja nichts. Währends das Team ist, sind sie hinten auf der anderen Seite. Mit dem Schalldämpfer. So. Ich bin drinnen. Da ist wieder so ein gedumpfter Schuss. Dann. Skl. Skl. Ich bin drinnen. Da habe ich auch bei. Oha. ja ja zwei stück lassen laufen auf ne weiß nicht ob da unten schon gras einer liegt das ist nämlich sehr danach aus dass da einer liegt schwer zu sein was ist da ja eigentlich war das jetzt verschwunden vielleicht haben sind erschossen das waren die schallgedämpften schüsse du bewegst dich am rücken jetzt wieder zur größeren öffnung da oben ist die große öffnung ja vorsichtig kommen da unten am rand laufen die noch beim baum sie sind auch am rand einer zumindest no problem ich auch er bewegt sich nein zum stärker zum stein jetzt habe ich noch aus den augen verloren er wird allein ist coming heißt er wird auch irgendwann kommen jetzt einmal leise sie du 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 Der hat Handgranate geworfen und ist ein 3er-Team gewesen. Aber Rang 2 war nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Jetzt sag ich euch eins. Habt ihr in seinen Augen gesehen, wie verwirrt er war? Hast du ihn erschossen aus? Ja. Definitiv.